Neulich bin ich zum Innen runtergegangen, geht von mir ein Ehepaar und die streiten wie die Kesselflicker, gell. Und werden immer lauter und immer aggressiver und mitten auf der Brücke, da bleibt der Mann stehen und haut seiner Frau eine runter, gell. Bin ich gleich hingelaufen und sag, sie entschuldigen, jetzt sind sie aber entschieden zu weit gegangen, sagt der, gell, ich hätte ja schon früher eine reinhauen sollen.